In Montessori-Einrichtungen gibt es Arbeitsteppiche. Das sind rechteckige Teppiche, die sich die Kinder holen, wenn sie auf dem Boden arbeiten wollen. Vor allem werden Arbeitsteppiche im Kinderhaus benutzt, also bei den 3- bis 6-jährigen Kindern. Da gibt es auch sehr viel Material, das auf dem Boden gearbeitet werden kann. Unter 3-jährige haben eher wenig Arbeitsteppiche, weil das Holen eines Teppichs, bevor man überhaupt mit einem Material arbeitet, bei den ganz jungen Kindern oft einfach zu sehr ablenken würde oder zu aufwendig wäre als Vorbereitung. Aber auch da gibt so etwas wie Matten für den Boden, vor allem für die Sprachmaterialien, die sehr groß sind und auf den Tischen nicht Platz haben. Und auch in der Schule gibt es noch Arbeitsteppiche, wobei die Schulkinder dann schon stärker an Tischen arbeiten. Aber es ist sehr verschieden. Die Kinder haben ja freie Wahl, ob sie am Tisch arbeiten wollen oder auf dem Boden. Kommt aufs Material an, aber bei vielen Materialien gibt es diese Wahlmöglichkeit. Warum Arbeitsteppich? Es ist die Abgrenzung meines Arbeitsplatzes. Einerseits eine visuelle Unterstützung. Bis wohin geht mein Bereich? Es ist wie eine Tischplatte. Bis wohin geht dieser Arbeitsbereich? Alles, was da drauf liegt und Material gehört zu meiner Arbeit dazu. Es fällt auch viel stärker auf, wenn ein Material über den Rand eines Teppichs hinauswandert, als wenn es nur, wenn man es direkt auf dem Boden hat, irgendwo verschwindet. Die Kinder werden stärker aufmerksam. Das Material geht woanders hin und holen sich auch wieder zurück. Und es gibt noch einen ganz anderen Grund, nämlich es ist auch ein Signal an die anderen Kinder. Die Kinder lernen ganz früh, um so einen Arbeitsteppich herumzugehen. Also nicht direkt drüber zu laufen, sondern an der Seite entlang zu gehen, vorbeizugehen, um das arbeitende Kind nicht zu stören. Das hat viel mit sozialer Entwicklung zu tun. Das ist ein Beitrag zur Friedenserziehung. Dort, wo ein Kind in Ruhe arbeiten möchte, dort störe ich nicht, indem ich eben nicht durch seine Arbeit gehe. Dazu brauche ich aber ein Signal. Ich muss sehen können, wo ist der Arbeitsplatz des anderen Kindes und da hilft mir der Arbeitsteppich dabei. Ein dritter Grund, wieder für das arbeitende Kind selbst. Die Kinder haben ja ein eingeschränkteres Gesichtsfeld als wir. Also so ein Arbeitsteppich grenzt auch das Gesichtsfeld gut ab, also den Bereich, den die Kinder gut visuell wahrnehmen können, weil sie aus dem Augenwinkel noch nicht so gut sehen. Und damit ist ihr Material auf ihrem Teppich genau der Bereich, den sie auch mit einem Blick überschauen können.